Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Heute mal ohne Greenscreen und ohne große Barbecken. Das ist schon nur ein kurzes One-Take-Video. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Darum habe ich es nicht geschafft in den letzten vier Tagen ein Video hochzuladen. Zudem hatte ich auch noch ein Problem mit Minecraft Invasion, also mit den Aufnahmen. Ich habe zwei Folgen aufgenommen. In der letzten Folge ist dann noch mein Nexus abgekackt und so. Leider gab es ein kleines Speicherplatzproblem bei den Aufnahmen. Heißt, die sind weg. Ich kann die Dateien nicht verwerten. Das heißt, die beiden Folgen sind weg. Ich finde das mega scheiße. Ich habe schon alles probiert. Funktioniert aber nicht. Ich habe immer das Problem in den Griff bekommen, aber die beiden Folgen sind jetzt unwiderrufbar weg. Ich habe keinen Backup auf dem Server. Heißt, es würden keine weiteren Minecraft Invasion in den Folgen kommen. Das tut mir mega leid. Ich finde es richtig schade. Und zudem habe ich in den letzten vier Tagen ja auch kein Video hochgeladen, was ich eigentlich auch nicht gerne mache. Aber ich habe im Moment so viele Probleme, was ich erst mal alles regeln muss und so. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dies Wochenende oder in meinem Montag dann ein Video zu diesem Clan Battle hochzuladen. Das wird auf jeden Fall cool. Aber falls nächste Woche und übernächste Woche auch nicht so viel kommt. Ich habe immer sehr viel zu tun. Das heißt, es könnten nächste Woche auch nur zwei Videos kommen. Genauso wie diese Woche. Ist natürlich nicht schön, aber ich schaffe es halt gerade nicht mehr. Trotzdem vielen Dank. Wir sind im Moment ja fast 1.600 Abonnenten. Oder vielleicht haben wir bei diesem Video schon 1.600 Abonnenten. Das ist jetzt umgeschnitten. Das ist natürlich nicht meine normale Qualität, aber muss halt gerade sein. Ich würde sagen, wenn ihr Verständnis dafür habt, würde ich mich sehr freuen. Denn ich finde es auch schade mit Minecraft Invasion. Ich finde es auch schade, dass ich im Moment nicht so viele Videos hochladen kann. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Weil ich werde bald mein nächstes Video klein. Ich werde es jetzt an diesem Wochenende probieren, mal wieder ein Video fertig zu bekommen. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Ciao.